Hallo, heute zeige ich euch eine weitere IP-Kamera von Hutu. Ich habe euch in der Vergangenheit schon einige Modelle gezeigt. Und das hier ist heute mal wieder eine IP-Kamera Wireless und Wired mit Pan und Tilt. Das heißt, die kann man kabellos im WLAN, aber auch ganz normal am Netzwerkkabel betreiben. Und Pan und Tilt steht eben für diese Dreh- und Schwenkfunktion. Schauen wir uns mal eben kurz die Verpackung an. Die erklärt nämlich einige dieser Features schon näher. Wir haben hier oben erstmal die Kamera abgebildet. Rechts daneben sehen wir das Ganze hat Communications, Kommunikation. Wir können also in zwei Richtungen kommunizieren. Das heißt, wir können natürlich hören, was in der Kameraumgebung vor sich geht. Wir können aber auch sprechen mit einer Gegensprechanlage. Die Kamera hat dann einen kleinen Lautsprecher und gibt das dann in ihrer Umgebung entsprechend aus. Des Weiteren sehen wir hier unterstützt Wifi, also WLAN nach B und G Standard. Das sollte reichen, denn so eine Kamera, die braucht nicht die Mega-Bandbreite. Und Audio hier unten, wie ich es gerade erwähnte, und zwar in zwei Richtungen. Wird hier unten gleich auch nochmal beschrieben. Hier sehen wir noch weitere Features, nämlich bringt das Ganze hier einen eingebauten Dynamic DNS Service mit. Das ist dieses DDNS. Das heißt, wenn ihr eine dynamische IP-Adresse habt, was bei den meisten Providern in Deutschland eigentlich der Fall ist, dann könnt ihr hier trotzdem von außen einfach auf eure Kamera zugreifen über diesen Dynamic DNS Service, ohne euch umständlich bei einem Drittanbieter so eine Domain holen zu müssen. Dann haben wir hier eine Bewegungserkennung eingebaut. Ich gehe mal nach rechts weiter. Das Ganze ist wasserfest nach IP66 Standard, also regensicher und auch allgemein wetterfest. Dann unterstützt das WEP, WLAN-Verschlüsselung, aber auch WPA und WPA2-Verschlüsselung. Braucht man keine Angst haben. Das wird hier nur auf der Front aus irgendwelchen Gründen nicht abgedruckt. Pan- und Tiltfunktion, also Schwenk- und Drehfunktion, Schwenk- und Neigefunktion. Hier haben wir die Videokompression unten links. Die erfolgt im MJPEG-Format. Das ermöglicht uns Auflösungen von 640x480, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das ganze Audio, wie gesagt, in zwei Richtungen. WLAN 802.11 nach B und G-Standard, sagte ich gerade schon. Und UPnP, Universal Plug & Play. Das Ganze läuft also sofort im Netzwerk, ohne weiteres Zutut. Und man kann sich auch per E-Mail informieren lassen hier, wenn Alarm ausgelöst wird. Hier sehen wir nochmal weitere Features. Die meisten davon wurden schon genannt. Außer, dass es einen dreifach optischen Zoom gibt. Also einen schönen, hochwertigen optischen Zoom hier. Nichts Digitales, was einfach nur interpoliert. Es gibt einen hochsensiblen CMOS-Sensor, zwei Wege Audio, Alarm bei Bewegungserkennung und nochmal dieser kostenlose Dynamic DNS-Service, der hier dabei ist. Ein Jahr Garantie gibt es offiziell vom Hersteller. Was haben wir hier nochmal? Die Features im Detail. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die Auflösung. Genau 640x480 nach VGA-Standard, wie ich das gerade schon sagte. Mit 30 Bildern pro Sekunde. Und ja, hier sehen wir noch weitere Details. Ihr könnt euch das ja eben anhalten, hier in deutscher Sprache, wenn ihr euch das durchlesen möchtet. Ich lese das jetzt nicht alles vor, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Auf der Rückseite haben wir ein typisches Anschlussschema. Wir sehen hier also den Router. Hier das ADSL-Modem. Da ist unser Router, wo dann die ganzen Netzwerkgeräte dranhängen. Und auch hier links unsere Kameras jetzt. Zugreifen können wir darauf dann auch vom Internet, wie wir das sehen. Hier über unsere Mobilgeräte zum Beispiel. Da gibt es spezielle Apps. Das zeige ich euch alles noch später und habe das hier gegebenenfalls schon verlinkt. Sollte das schon online sein. Hier auf der Packungsoberseite, die leider schon etwas beschädigt ist, sehen wir. Das Ganze ist hier wireless, ist hier angehakt, obwohl es wie gesagt auch wired ist. Eine Antenne ist natürlich dabei. Die ist hier nicht angehakt. Komischerweise alles ein bisschen durcheinander. Und wir sehen, es gibt noch einen Stromadapter. Hoffentlich einen deutschen. Hier ist der britische, glaube ich, abgebildet. Ein CD-Treiber und ein Netzwerkkabel, eine Halterung sogar, eine Wandhalterung und eine Bedienungsanleitung. Mehr gibt zur Verpackung nicht zu sagen. Deshalb machen wir das jetzt mal endlich auf. Ein ziemlich großer Karton. Ich muss auch hier wie üblich aufpassen mit meinem Strativ, dass ich das nicht umhaue. Als erstes kommt uns hier die CD entgegen. Da sind laut Packung, stand da eben, sind da Treiber drauf. Die sollten aber nicht wirklich benötigt werden. Wir sehen hier Ressource-CD. Ich denke mal, da ist noch mal das Handbuch drauf und wahrscheinlich auch wieder eine kleine Software, mit der man die Kamera zur Ersteinrichtung im Netzwerk finden kann. Das zeige ich euch natürlich gleich im großen Teil 2 des Videos. Die Einrichtung und die gesamte Bedienung. Hier haben wir das Users Manual, also die Bedienungsanleitung. Die ist hier offensichtlich auf Englisch, ist hier aber bebildert. Zum Beispiel die Netzwerkeinrichtung. Und was haben wir hier? Die verschiedenen, ja die ganzen Einstellungen, die man hier tätigen kann. Ja, das ist bebildert hier, ganz schön gemacht. In Schwarz-Weiß, aber komplett auf Englisch. Keine anderen Sprachen dabei hier, auch kein Deutsch. Hier sehen wir die ganzen Einstellungen im Detail zur Bewegungserkennung hier. Und ich zeige euch das nochmal eben hier. Alles auf Englisch zur Bewegungserkennung, zum Alarm, Ein- und Ausgang, der auch noch an der Kamera ist, den man koppeln kann mit irgendwelchen anderen Geräten in seiner Sicherheitsschaltung, seien es Lichtanlagen oder was auch immer. Also eine ganze Menge Möglichkeiten. Und das Handbuch ist auch ganz umfangreich hier. Auf Englisch, wie gesagt. Aber gibt es gegebenenfalls noch ein deutsches auf der CD. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Was haben wir hier? Sicherheit und Gewährleistung. Ein kleiner Zettel und Informationen zur Entsorgung. Dann schauen wir jetzt mal, wie das hier weitergeht. Das hier ist eine schöne, große, eine sehr lange WLAN-Antenne, wie wir sehen können. Zum Anschrauben an diese Kamera. Ich hole die mal gerade hier schon mal raus. So sieht sie aus. Abwinkelbar, wirklich sehr, sehr lang. Also ich schätze mal hier mindestens 20 Zentimeter. Was haben wir hier unten? Den WLAN-Antennenanschluss natürlich. Könnt ihr jetzt sehen, wenn meine Kamera mal sich entscheidet zu fokussieren. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Matt schwarz und hier mit einem schönen Biegegelenk, wie gesagt. Sehr schön gemacht. Was haben wir hier noch? Eine weitere Tüte. Da komme ich noch nicht dran. Ich glaube, wir müssen erst mal hier an der Kamera ziehen, an dem Hauptgerät. Oder ich hole mal hier den ganzen Schaumstoffeinsatz raus. Was kommt denn da alles noch nachgeflogen? Hier kommt nochmal diese Sicherheits- und Gewährleistung. Dann kommt hier nochmal die CD und nochmal das Handbuch. Doppelt gemoppelt hält hier bei Hutu offensichtlich besser. Die Kamera gibt es aber leider nur einmal hier. Und sie ist offensichtlich schwarz, wie ihr schon sehen könnt. So, was haben wir denn hier noch alles? Damit ich diesen riesengroßen Kasten jetzt mal hier wegtun kann. So, ich habe mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Hier sehen wir das Zubehör jetzt mal im Überblick. Oben die Handbücher und die CDs, wie gesagt, doppelt. Warum, weiß ich nicht. Hier haben wir ein Netzwerk-Kabel. Ein standardmäßiges, denke ich mal nach Cat 5e-Standard. Ist aber eine sehr, sehr dünne Angelegenheit. Also ein sehr, sehr dünn geschirmtes. 1,5 Meter sehen wir hier schon auf der Verpackung. Und ja, fühlt sich wirklich sehr, sehr Strohhalm-mäßig an. Da ist nicht viel mit Schirmung. Sollte man vielleicht für den Dauereinsatz, gerade für draußen, wenn es hier um ein Outdoor-Clam geht, was Hochwertigeres verwenden. Hier haben wir eine weitere offene Tüte. Und zwar ist das hier das Netzteil natürlich. Ein ziemlicher Brocken. Naja, es geht. Ich habe schon größere gesehen. Hier sehen wir mal eben die technischen Daten. 12 Volt bei 2 Ampere. Wenn man das mal ersetzen muss, kann das ganz hilfreich sein. Und das hat einen solchen klinkenartigen Stecker hier. Den müssen wir jetzt gleich wahrscheinlich irgendwo hier an der Kamera befestigen. Beziehungsweise den auf ein anderes Kabel setzen, damit das Ganze auch wetterfest ist. Hier sehen wir vier Dübel und vier Schrauben für die Wandbefestigung. Die hier schon angebracht ist. Die war ja auf der Packung separat abgebildet. Schauen wir uns mal eben die Kamera an. Dieses schöne Dome-Kamerateil in schwarz, wie gesagt, war weiß auf der Verpackung abgebildet. Ich habe mal hier oben, nicht dass ihr euch wundert, die Zugangsdaten für diesen Dynamic DNS-Service abgeklebt, damit ich das nicht die ganze Zeit auspixeln muss. An der Wandhalterung, die ist nämlich hier offensichtlich schon vormontiert. Die war ja auf der Verpackung auch separat abgebildet. Schön, dass das hier schon dran ist. Hier sehen wir ein dickes schwarzes Kabel, was da hinten irgendwo im Fuß der Kamera verschwindet. Das mündet hier unten in einem ganzen Gezwirbel von Steckern. Und zwar haben wir hier natürlich den Netzwerkanschluss. Das Ganze ist ja eine Netzwerkkamera. Aber wir können hier offensichtlich die Videodaten oder die Audiodaten, ich weiß gerade nicht, wofür das ist, die können wir hier offensichtlich auch über ein Standard-Composite-Signal abgreifen. Hier haben wir zumindest zwei Kabel, die darauf hindeuten. Nämlich das hier und das hier. Das sieht mir sehr nach Videoübertragung aus. Gerade da das auch gelb ist. Dann haben wir den hier. Das ist der Anschluss für das Netzteil. Das wäre dieser Stecker hier, den ich euch gerade zeige. Da habe ich ja gesagt, den muss man hier bestimmt in irgendein anderes Kabelende stecken. Genau so. Hier haben wir den Alarm-Input und Output. Den habe ich vorhin schon erwähnt. Damit können wir die Hutu-Kamera, ist auch sehr praktisch, in bestehende Sicherheitsschaltung einbauen. Zum Beispiel in Lichtanlagen, in Bewegungsmelder. Das heißt, wir können zum Beispiel die Kamera anfangen, aufzeichnen zu lassen, wenn ein externer Bewegungsmelder Bewegung erkennt. Oder eine Lichtanlage angehen lassen, wenn die Kamera Bewegung erkennt. Die hat ja auch einen eigenen Bewegungsmelder. Oder viele andere Dinge. Die Leute, die sich mit sowas auskennen, die werden sich darüber freuen, über diesen Anschluss. Und wir haben hier noch einen schönen Reset-Knopf. Das ist nichts weiter als ein Reset-Knopf. Wenn man die Einstellung der Kamera zurücksetzen möchte, könnt ihr hier sehen, wenn ihr mir nicht glaubt, Reset. Der ist hier tatsächlich an so einem externen Kabel dran. Den muss man dann hier betätigen, damit man hier wirklich an die Kamera selber gar nicht mehr dran muss. So sieht sie aus mit dem blauen Hutu-Sticker hier auf der schwarzen Oberfläche. Ist ein bisschen sinnfrei. Kann man nicht wirklich sehen. Sollte nur auf dem weißen Modell Sinn machen. Und wir können hier ziemlich schön in das Innenleben der Kamera schauen. Durch diesen Dome durch, durch diesen Glas, durch diese Glaskuppel hier. Da sehen wir das Objektiv, wie gesagt, mit dreifach optischem Zoom und mit 640x480M JPEG-Auflösung. Da sehen wir eine ganze Menge Kabel. Hier an der Seite das dicke Graue hier Silberne. Das ist der Schwenk- und Neigemotor. Und was haben wir da unten noch? Noch einen Motor, glaube ich. Einer ist fürs Schwenken, einer ist fürs Neigen. Und ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Ich werde das jetzt mal anschließen hier und in Betrieb nehmen. Und dann gibt es in Teil 2 das ausführliche Review, beziehungsweise die Einrichtung und die komplette Führung durch die Menüs, durch die Funktionen. Das sage ich euch alles mal, was diese Kamera bietet, was man damit so anstellen kann. Ich werde euch auch die Mobil-Apps zeigen, für Android zumindest. Bleibt dran, wenn ihr mehr wissen wollt, zur Hutu Outdoor Dome Kamera.